So wie ein Schlüssel nur ins richtige Schloss passt, können Sie mit unseren RFID-Etiketten sicherstellen, dass nur die gewünschten Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von einem Lesegerät in Ihrer Maschine erkannt werden und zum Einsatz kommen. Über die Funkwellen können Maschine und Material kontaktlos miteinander kommunizieren. Dazu wird auf jedem Material oder Ersatzteil ein individuell programmiertes RFID-Etikett angebracht, das von einem Lesegerät in der Maschine automatisch erkannt wird. Durch die auf dem Etikett hinterlegten, verschlüsselten Informationen sieht die Maschine beispielsweise sofort, ob es sich bei dem Material um ein Originalprodukt oder ein Plagiat handelt. Zugleich unterstützt das RFID-Etikett die Maschinensteuerung und sorgt dafür, dass die gewünschten Prozesse durchgeführt werden. Denn wenn der Einsatz von ungeeigneten Materialien, Bauteilen oder falschen Verarbeitungsprozessen gezielt verhindert wird, reduzieren sich Fehler in der Produktion. Außerdem setzen Ihre Kunden mehr ihrer originalen Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien ein. Das garantiert Ihnen eine enge Kundenbindung, sichert Ihren Umsatz und schützt vor unberechtigten Gewährleistungsansprüchen. Noch dazu interagiert die Maschine mit bestehenden IT-Umgebungen. So kann das eingelesene RFID-Etikett verschiedene interne und externe Prozesse auslösen. Die Maschine erfasst beispielsweise den Materialverbrauch und löst Bestellprozesse rechtzeitig aus. Und das war nur ein Beispiel von vielen. Denn egal in welcher Branche Sie tätig sind, wir finden eine individuelle Gesamtlösung für Ihr Unternehmen und Ihre Produkte. Von der Planung bis zur Implementierung begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess und stehen Ihnen jederzeit mit fundiertem Know-how zur Seite. Untertitelung Beim wonderen Untertitelung des ZDF für온 ждere cigar BUTTIFER bei der Verband dengan